Du fängst im nächsten Semester an, an der Uni Kassels zu studieren und weißt auch bereits, was du im Hauptfach machen möchtest, aber noch nicht, was du im Nebenfach belegen willst. Dann sind die Nachhaltigkeitsstudien vielleicht dein Ding, aber was genau soll das sein? Wenn du zum Beispiel Politikwissenschaften oder Geschichte im Hauptfach studierst und die Nachhaltigkeitsstudien im Nebenfach hast, ergänzt du dein Studium durch eine Einführung in die allgemeinen Nachhaltigkeitswissenschaften? Vertiefst das Ganze durch drei Schwerpunkte wie zum Beispiel Mobilität und Verkehr, Mensch-Natur-Verhältnisse oder die grüne und klimagerechte Stadt und schließt das Ganze ab mit einem aktiven Projekt, was du gemeinsam mit anderen Studierenden und externen Praxispartnern erarbeitest. Mit dem Nebenfach Nachhaltigkeitsstudien kannst du dein Studium also großartig selbst gestalten. Bewirb dich jetzt!